Hallo, schauen wir uns in diesem Video hier die Vorschleife einmal an. Die Vorschleife ist sehr, sehr wichtig, denn mit ihr kann man sehr wichtige Algorithmen realisieren. Zwar kann die Weilschleife, die ich im nächsten Video verstelle, auch so einiges, aber ich möchte hier zunächst die Vorschleife einmal zeigen. Wir fangen direkt hier an. Vor, int und jetzt sollten Sie immer mit einem i anfangen. Also Vorschleifen beginnt man generell mit i und alle weiteren verschachtelten Vorschleifen in der eigentlichen Vorschleife gehen dann immer so weiter. Also j, k und so weiter. Ja, das ist noch am Rande. Dann i soll kleiner als ein fiktiven Wert c sein. Man könnte auch vorher jetzt einen Wert über die Tastatur abfragen mit cn. Aber das möchten wir jetzt hier nicht. Und danach einfach i++. Ja, was soll hier passieren? Wir möchten uns einfach die Zahl hier ausprinten lassen. Ich schreibe hier mal eine 0 rein und wir schauen uns das Ergebnis an. Ja, was ist passiert? Hier steht jetzt also 0 bis 9 und dann ist die Vorschleife fertig, denn die Vorschleife fängt mit i gleich 0 an und geht so lange bis i10 erreicht. Und in jedem Durchlauf soll quasi i plus 1 gerechnet werden und dann einfach hier ausgeprintet werden. Also sehr, sehr simpel und man kann da wirklich sehr schöne Algorithmen damit entwickeln. Und hier natürlich wieder cn get am besten setzen. Und wie gesagt, das nur als kleines Beispiel hier. Im nächsten Teil dann, wie Sie das Ganze hier mit der Vorschleife ausdrücken können. Und soviel dann zur Vorschleife. Okay. Okay.